Wie man möglichst schnell und elegant Hindernisse überwindet, um so von einem Ort zum anderen zu kommen, das ist das Ziel der immer beliebter werdenden Sportart Parcours. Anfänger und Fortgeschrittene lernen und optimieren beim Training des TV-Hude in der Mehrzweckhalle die grundlegenden Parcours-Techniken. Auch ihre Kraft, Ausdauer und Koordination schulen die Teilnehmer, um das Gelernte später auch in der freien Natur umsetzen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020